ARD Text im Auftrag von Funk Aua! Aufrauben! Aufrauben! Hi Red, wie geht's dir? Oh, mir geht's furchtbar! Mr. Red! Mir scheint, wir haben es hier mit einem wiederkehrenden Problem zu tun! Wut! Bin ich ein leidenschaftlicher Vogel? Ja! Ist doch egal, dass wir nicht gleich sind! Aha! Ja, das hab ich verdient! Schnell, da kommt was! Ich grüße euch! Ich bin ein Schwein! Was ist ein Schwein? Ist es das, was ich denke, dass es ist? Entschuldigung, die sind zerbrechlich! Gehör nicht euch! Du bist nicht sonderlich nett zu unserem Gast! Und du stellst nicht die richtigen Fragen! Jetzt wird's ein bisschen schräg! Die ganze Welt ist in Gefahr! Und es liegt an uns, sie zu stoppen! Abschuld! Lippen! Schnabel! Nüsse! Oh mein Gott! Wenn irgendjemand weiß, was die Schweine vorhaben, dann ist es der mächtige Adler! Wow! Der See des Wissens des mächtigen Adlers! Nicht in seinen Mund spucken! Ich darf nicht zurückspucken! Schluck es nicht runter! Oh wow! Er ist es! Oh man! Furchtbare Wendung der Ereignisse! Furchtbar! Furchtbar!